Hallo, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau, heute am 26.03.2021. Heute ist Sonntag und weil Sonntag ist, hat der Jakob mal wieder gepredigt heute. Und letzten Sonntag ja auch, das heißt es gibt jetzt hier eine Reihe aus 2 in 1. Das ist zwar dann, das ging ab 2 Stunden lang, das dauert dann natürlich auch entsprechend wieder länger beim Bearbeiten, beim Renderprogramm, dann beim Movie Maker, dann beim Renderprogramm, aber dann trotzdem für mich dann doch eine ungemeine Zeitersparnis. Die Zeit, wann es dann mit dem Video, mit der Predigt von Jakob losgeht, ist am Anfang vermerkt. Tja, wie gesagt, diesmal kommen die traurigen Nachrichten am Anfang und dann Jakobs Predigt. Vielleicht sieht und hört man sich eine Gelegenheit in diesem Witz. Ja, könnt ihr dann wie immer schauen bei VK Bitschut, Odisee oder Rampel und dann vielleicht gleich. Tschüss!